Warum bin ich Urologe geworden? Weil wir in der Urologie die größte Bandbreite an Möglichkeiten haben, operativ oder konservativ tätig zu werden, weil wir Möglichkeiten haben in der Klinik zu arbeiten oder niedergelassen zu arbeiten und oder niedergelassen oder in der Klinik zu arbeiten, sprich als Beleger zu arbeiten. Wenn man zu Beginn seiner Karriere noch nicht weiß, was man tun möchte, hat man jederzeit Möglichkeiten verschiedenste Sparten zu wählen und das macht den Beruf einfach unglaublich vielseitig und ich kann nur sagen, ich würde wieder Urologe werden.